ja halli hallo ich bin der gametoman und begrüße euch auf cloudplay ja heute mit ein bisschen anderen video denn das wird ein kleines erklärbär video sage ich jetzt mal es war nämlich im podcast und sowas der tiki hat ja gefragt wie kann man denn überhaupt so weit nämlich playstation 1 games auf einen pc bringen also digitalisierung und dann vielleicht emulieren das ist auch nicht mal so wirklich schwer das ist nämlich sehr einfach wenn man so nimmt das speichermedium da drinnen ist nämlich eine cd das können wir mal auspacken moment hülle so hätte ich vielleicht vorher mal machen so jetzt kann ich so einfach das aus der hülle raus zu kriegen sagt aber doch da haben wir es so da kann ich mal reingucken wunderbare dings zur seite packen man selber hier eine disk ganz normal mit der schönen schwarzen unterseite so die dinger kann man das ist das schöne dran eigentlich mit jedem beliebigen cd laufwerk oder dvd laufwerk blu-way was man so hat auslösen und genau wie das geht das zeige ich euch in dem kleinen video hier und was man dann noch braucht um das ganze zu emulieren auf pc oder whatever gibt es ja auch noch für handy oder was weiß ich kann oder wunderbar benutzen und es gibt noch das andere zum beispiel jetzt mal beispiel ich werde wahrscheinlich eine andere nehmen weil die habe ich glaube ich auch noch nicht digitalisiert gibt da noch kleine besonderheiten weil es gibt ja auch welche mit vielleicht mehreren ist wie zum beispiel deswegen commander vom tg das hat er glaube ich sieben oder so das hat richtig viele und da muss man auch ein bisschen was beachten aber alles das folgt im anschluss im video so und da sind wir auf dem pc ich habe versucht das alles ein bisschen übersichtlich zu gestalten und habe dann hier so ein paar ordner gemacht mit den verschiedenen schritten was wir so brauchen und da gehen wir jetzt einfach mal durch ach ja übrigens falls das ein bisschen anders klingt so von der aufnahme her ich bin auf einem anderen rechner weil mein rechner unten hat einfach kein optisches laufwerk deswegen habe ich jetzt hier ein anderes mikrofon aber ich denke das sollte eigentlich funktionieren ja nummer eins wir brauchen natürlich irgendwo eine quelle also ein cd image was wir uns dann quasi erzeugen mit was erzeugen wir das mit einem programm was das auf dem rechner ablegt ja am besten ein brennprogramm geht aber auch eine andere variante die werde ich nachher nochmal erklären dann optional ein programm mit dem man platz sparen kann ist ja manchmal nicht schlecht wenn man vielleicht wirklich nur eine sd karte hat wie auf dem steam der viele haben und dann ja dann irgendwie platz sparen möchte ich meine so eine dvd oder cd also in dem fall cd hat ja dann doch schon eine gewisse größe und dann sind so 200 300 megabyte die man sparen kann vielleicht ja so nicht so schlecht und was brauchen wir noch na klar irgendein programm was man zum pc in eine playstation verwandelt also einen emulator fangen wir mit schritt 1 an und den habe ich auch schon mal vorbereitet einfach nur ein bisschen zeit zu sparen ich habe unser spiel media 2 einfach mal ins laufwerk gelegt und der pc hat das auch schon erkannt das dauert immer so ein paar sekündchen das aber normal muss erst lesen und sowas und dann wird das auch angezeigt das ist auch gar kein problem weil das sind eigentlich stinknormale cds ohne großartigen kopierschutz oder ähnliches also ja es gibt einen auf den inneren kreis der hat jetzt aber mit unseren pc image was wir haben nichts zu tun sondern verhindert halt nur dass eine kopie auf der ja auf dem original ob gespielt wird also auf der playstation 1 so ja was brauchen wir dafür wir wollen jetzt hier ein image erstellen und das das einfachste wir nehmen ein brennprogramm gibt noch einen zweiten weg aber den erkläre ich dann später noch so und da habe ich genommen in dem fall image burn das habe ich auch schon mal vorbereitet zonk zack das ist eine freeware also freeware brenntool geht auch alle möglichen anderen hauptsache ich kann da ein image erstellen da gibt es halt einfach die option image auch vom disk erstellen da klickt man drauf und dann ist man hier im menü und das war es eigentlich das ist also wirklich nicht komplizierter brauche man keine speziellen einstellung oder sowas das ist also wirklich nicht das problem unter linux könnte man zum beispiel auch k3b oder ähnliches nehmen also da hat man auch freie wahl gar kein ding dann gibt man noch kurz an wohin man das image überhaupt speichern will in dem fall habe ich das hier schon angegeben ich will das unter unseren 00 iso also hier rein speichern und dann drückt man jetzt hier einfach mal auf start und dann fängt das schon an analysiere tracks und dann liest du das aus und speichert ab das dauert ein paar minuten bei dem laufwerk hier und bei der größe drei vier minuten deswegen gibt es hier einen kleinen schnitt bis zum ende und wir sehen uns gleich mit einer wunderbaren melodie ist unser image fertig das kann man auch mal sagen sagt auch hier erfolgreich dann drückt man da mal auf zack das ist erledigt ist und wir können jetzt eigentlich das auch wieder zu machen zack und dann gucken wir mal wo hat denn unser brenner das denn überhaupt hin gepackt und zwar haben wir es ja hier in gespeichert gucken wir mal wie das überhaupt aussieht zack dann sehen wir hier von gerade eben haben wir unser image zwar hier dass wir die binary ist unser image und wir haben hier die datei die nochmal sagt wie gehe ich denn überhaupt mit dem image wie gehe ich mit dem um relativ wichtig denn wir haben noch ein audio teil und der muss wissen wo in diesen in dieser bin diese audio teil ist und deswegen brauchen man die aber das macht automatisch da braucht man sich nicht so den kopf machen ja ich habe ein bisschen was vorbereitet weil ich hatte ja schon mal gesagt es gibt auch spiele mit mehreren disk und ja ich hatte recht ich habe revival schools noch nicht digitalisierten deswegen habe ich ein anderes spiel genommen und zwar von filter 2 das ist das hier das liegt hier auch irgendwo rum aber hatte ich halt schon mal digitalisiert vor sieht man hier 21 ist schon weiter digitalisiert ok und da habe ich beide disk digitalisiert und habe dann hier eine m3u datei erstellt das ist relativ easy das ist wenn man so nimmt eine playlist und in der playlist steht dann einfach nur drin wie heißt denn die disk eins und wie heißt denn das zwei also muss der name rein exakt so wie das image heißt und dann weiß das programm auch okay ich habe zwei disk weiter zeigt dann hier nur diese hier an das macht der emulator automatisch kommen wir zum nächsten schritt es ist ein optionaler schritt und zwar packprogramme wir haben ja in der regel immer ein platzproblem gigabyte sind billig trotzdem will man ja immer sparen und deswegen gibt es programme die unser image verkleinern in dem fall nämlich chd man das ist ein ziemlich cooles tool eigentlich dafür gedacht um arcade image zu verkleinern aber da kann man auch alle möglichen anderen dinge machen wie man hier sieht cd images also die coe dateien oder gdi gdi sind ausgelesene gamecube spiele und die kann man zu einer chd datei machen weil wer gerade aufgepasst hat die iso ist zum beispiel ciphon filter hier eine chd datei die habe ich mich schon mal gepackt einfach nur um platz zu sparen und das macht man jetzt auch das ist ziemlich easy eigentlich ich kopiere jetzt einfach mal in den ordner meine meine image also medievil 2 und dann ist es ganz einfach man kann das nämlich das ist hier nämlich reingeschrieben was der machen soll wenn ich es mal wo es hier bearbeiten da der fahrt man kann das natürlich auch alles per hand eintippen aber ist jetzt halt eine patch datei gemacht damit es einfach ist dann brauche ich einfach nur die patch datei ausführen zack und dann sehen wir ok es packt mir meinen also mein image hier unten sieht man es wird immer mehr zack 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 der fängt ja an sechs prozent dauert also wieder eine weile deswegen schnipp schnapp bis gleich so da waren wir fertig und wir sehen haben wir wirklich was gespart unser image hier 600 megabyte knapp und da haben wir 300 megabyte also schon ganz schön was gespart wie gesagt letzter schritt wir haben das gepackt kopieren das jetzt wieder zurück oder beziehungsweise verschieben das wieder zurück in unseren iso ordner zack und haben dann hier jetzt von filter und medievil als jeweiliges image liegen dann sind wir schon beim letzten punkt und zwar wollen wir ja einen emulator verwenden und dann gibt es natürlich verschiedene ich habe mich für retro arch entschieden das hier glaube ich die einfachste variante auch der meist verbreitete würde ich sagen es ist eine sammlung von verschiedenen emulatoren unter einem ui also unter einer oberfläche auf dem steam deck wäre dann noch emu deck das ist emulation station andere sehr weit verbreitete oberfläche also auch so ein multi emulator da werkelt im hintergrund allerdings auch hauptsächlich retro arch so dann starten wir jetzt mal einfach mal retro arch einfach mal damit man den vorbereitungen treffen und vielleicht machst du auch mal ein bisschen die fehler die kommen können falls man nicht alles gemacht hat weil da gibt es noch ein stolper draht so stoppen wir hier retro arch so da sieht das so aus sehen wir hat jetzt erstmal unser gamepad erkannt so und das erste was man erstmal sehen hier wie ich die variante 2 die ich vorhin angesprochen habe wie kriege ich denn eine disk und wie kriege ich ein abbild von einer disk das könnte ich auch mit retro arch machen und zwar gibt es hier die option disk dampen und das macht genau dasselbe das kann das medium nehmen also in dem fall unsere dvd und die disk auf die platte als image packen geht also auch brauchen wir dann nicht unbedingt ein brennprogramm dafür an sich selber selbes ding zweite variante was auch geht und was auch ziemlich spannend ist wir können natürlich auch eine disk direkt laden allerdings bevor wir das machen können steht auch da eine physische medien disk laden zuerst sollte der core ausgewählt werden core laden welche mit dem disk mit der disk benutzt werden soll so core laden können wir aber noch nicht denn wir haben noch gar keine kurs runtergeladen und wie machen wir das zwar werden wir hier die online updater funktion verwenden und hier core downloader leder kurz die liste runter und dann haben wir hier eine auflistung aller verfügbaren emulatoren das sieht man ja so schon verschiedene arcade automaten atari und so weiter und so fort wir wollen aber die playstation also guck mal runter sony sega saturn sehr schön sony da und zwar haben wir hier zum beispiel beetle psx hw hardware das können wir da mal runterladen zack laden runter dann den mit software beschleunigungen die swan station hier wenn man einen arm prozessor hat kann man den nehmen und natürlich gibt es auch verschiedene ps2 und so weiter und spot aber wir haben ja playstation 1 haben deswegen sind die für uns hier relevant eigentlich nur der psx und die swan station ich würde den psx nehmen den beetle psx der ist wirklich einfach 99 prozent völlig völlig okay so nun haben wir den so jetzt könnte man eins mal probieren und zwar können wir ja mal die disk einfach direkt laden das heißt wir haben überhaupt kein image gemacht sondern haben einfach nur den emulator und die original dvd also die original cd drin und starten jetzt mal das spiel das geht nämlich auch zwar jetzt einfach mal das nehmen also einen emulator auswählen sieht man auch unten links beetle psx ausgewählt und drücken hier mal auf disk laden und guck mal was passiert tadaa wir kriegen einen error und zwar sagt der firmware is missing ja wie gesagt da muss man auch mal ein bisschen auf die fehler rankommen hier steht ja dran ok wir wollen gerne diese scph5502.bin und was ist das das ist ein bios und zwar das bios einer playstation 1 und zwar das europäische bios weil es ein europäisches spiel ist wo kriege ich das her das ist ein bisschen schwierig ehrlich gesagt ich sag's frei heraus es ist so das bios ist an sich unter copyright und das müsste man von seiner eigenen playstation unternehmen das ist so aber ehrlich wenn man das originalspiel hat wenn man eine playstation hat es gibt tausend anleitungen wie man die das bios von seiner playstation unterkriegt was nicht mal sonderlich schwer ist weil heutzutage ist das ding quasi offen also man kann natürlich das extrem kompliziert machen oder die modernen wege der heutigen technik nutzen und sagen wir bei dem papel lasse ich es jetzt einfach mal ich denke ihr wisst schon was ich meine so wenn ich dann mein bios von meiner playstation runter genommen habe über die anleitung von youtube oder sonst dann mache ich eins dann habe ich nämlich diese dateien hier nachdem hier hat er ja gefragt die europäische reicht ja eigentlich auch die kann man eigentlich nehmen wir nur die europäische die kopieren wir jetzt in unseren retro art ordner und zwar unter system so ist auch leer der ordner da packen wir jetzt unsere bios datei rein das mehr oder weniger schnell geht ok so jetzt haben wir es und dann probieren wir das ganze mit dem starten von disk einfach nochmal so chor laden und disk laden und siehe da wir haben ein bild so und zwar medievil 2 so und hier haben wir jetzt wo springen wir mal so medievil ladevorgang da startet das also direkt von disk starten kein problem funktioniert ne so sagt schon hier ein bisschen zu langsam aber ja das ist jetzt nur weil ich habe das ganze ding im netzwerk rumliegen und deswegen das läuft gerade eigentlich alles vom netzwerk naja egal so aber wir wollen es ja eigentlich überhaupt nicht von disk starten obwohl das eine smarte lösung ist brauchen wir nicht nichts zu machen sondern wir wollen ja ein image starten und da brauchen wir gar nicht chor laden sondern da machen wir eins da machen wir moment wo war es hier inhalte importieren und dann sagen wir einfach verzeichnis scannen einfache variante so und dann geben wir unser iso verzeichnis an und sagen ja dieses verzeichnis wollen wir scannen dann sieht man schon vier dateien hat er gescannt abgeschlossen so und wir haben die kurs geladen wir haben das gescannt und hier unten ploppt schon playstation als ja als emulator auf einen punkt und dann können wir hier natürlich die spiele starten in dem fall medieval 2 das starten auch mal wenn ich jetzt hier auf start drücke dann fragt du mich schon mit welchen chor möchtest du das starten ja und dann kann man sich eine aussuchen wir nehmen wir der beatle das funktioniert so das haben wir jetzt zugewiesen und beim nächsten start macht er das automatisch zack und siehe da er startet unser medival so wie gesagt er lädt das ein bisschen zu langsam deswegen mecker da unten aber das ist zum spielen gar kein problem ich muss ehrlich gestehen ich habe gepennt und geguckt nicht geguckt was wir aus dem spiel wieder zurück springen ist das kann man einstellen ich mache es jetzt hier mal mit dem aus dem ich hier einfach mal beenden drücke so bei beenden sei ich die schlechteste variante komme mich alles wieder hier muss in retroarch wieder starten das kann man nämlich in den optionen wunderbar einstellen da kann man eine tastenkombination machen und dann kann man die emulation wieder stoppen und dann kommt man wieder ins hauptmenü ne das ist aber hier nicht thema das sind diese einstellungen das kann man ja von mir aus irgendwann nochmal an dem menü machen aus dem wäre das ja also ein video machen aus dem wäre das ja dann nur für retroarch und sowas wie emodeck das hat das schon von natur aus diese ganzen einstellungen da brauchen wir nicht viel einstellen genau so könnte man jetzt hier einstellen ok ciphonfilter disk 1 und 2 wenn man das richtig einstellt dann zeigt er hier nur 1 an zwar nur ciphonfilter 2 und dann kann ich eine disk wechseln im spiel mit tastenkombinationen disk wechseln fragt er mich dann nach disk 2 und dann wechselt er das brauchen wir jetzt glaube ich aber auch nicht unbedingt zu zeigen das ist was für ein anderes video glaube ich ja aber da wären wir am ende zip machen wir mal beenden kleines fazit es ist also nicht so schwer seine eigenen spiele mit einem emulator auf dem pc auszuführen ja das bios ist so ein bisschen es ist eine grauzone ja das muss man zugeben theoretisch müsste man das wirklich von seiner eigenen playstation runternehmen praktisch ich glaube es macht kaum einer der aufwand ist doch relativ groß und ja es wäre dasselbe bios was es auch auf anderen wegen geben würde ja ich sag mal wer eine wirklich eine playstation zu hause hat eine ps1 und wer das originalspiel hat der ist eigentlich auch auf der sicheren seite deswegen sehe ich da jetzt nicht das problem im allgemeinen ich meine wir haben ja das originalspiel das ist denke ich mal schon ok ganz man muss auch dazu sagen es gibt auch nicht wirklich die möglichkeit sonst das irgendwo auf einem modernen system zu spielen man kann natürlich versuchen zu warten bis das playstation plus premium in seinen dienst mit aufnimmt allerdings kann man da wahrscheinlich in der geschwindigkeit wie es jetzt momentan ist bis sein nimmerlandstag warten also sony bringt einfach mal alle richtigen klassiker gran turismo und co und silent hill und was weiß ich nicht alles dann braucht man so eine dinger nicht dann ja aber es ist ja immer noch eine coole variante seine eigenen spiele die man zu hause hat auf einem pc auszuführen oder auf einem steendeck unterwegs das ist schon cool und ich hoffe das video hat euch geholfen das zu machen Hm, ja Kommentare,fragen irgendwas bringt das bitte in den kommentarbereich nennt den daumen nach oben da freue ich mich und ein abo ist auch immer cool falls ihr auch noch alguma Cleans habt in dem sinne es sage ich tschüüüüüüüism arrived hours mal. Tschüss.